Hallo zusammen Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Kormgeweg anzunehmen bei Weidenblüte im Ardenwald an dieser Stelle. ForQuest war Pelagos einsammeln. Solltet ihr weitere Fragen haben zu ForQuest oder ForgeQuest schaut bitte in die Videobeschreibung da habe ich euch mehrere Videos verlinkt in denen ich euch komplette Questreihen am Stück zeige. Außerdem habe ich bei den entsprechenden Videos in die Beschreibungen die Zeitpunkte eingetragen an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr direkt zu gesuchten Quest springen ohne euch lange durchklicken zu müssen. So ich musste jetzt ein bisschen diese Gorm suchen. Anscheinend machen hier mehr Leute diese Quest. Und wie ihr seht hat man hier auch noch so ein extra Knopf. Mal schauen ob der was macht bei diesen Mobs. Ja ein bisschen Schaden. Ist also nicht so wichtig. Der ist eher wichtig für die zweite Quest von Weidenblüte. Die findet ihr natürlich auch auf YouTube von mir aufgenommen. Ja davon darf man jetzt zehn Stück töten. Ich habe jetzt schon mal drei. Questgebiet ist zumindest ziemlich groß gehalten. Und ich mache mal weiter. Klappt wunderbar würde ich sagen. 6 von 10. Ich habe übrigens auch eine Facebook-Seite. Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Kanal-Banner. Auf der Seite poste ich die Software, was ich aufnehme oder was als nächstes ansteht. Ihr dürft die Seite auch liken, abonnieren, wie ihr wollt. Sie dient nur dazu euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Ah hier oben sind noch viele Mobs. Sehr gut. Ah da oben kämpft ein Hortler. Und jetzt brauche ich noch zwei Mobs. Die sind auch schon gleich da. So zehn Stück getötet. Quest ist dann abzugeben bei Weidenblüte. Im Ardenwald. In diesem Gebiet. Ihr habt ja gesehen, die fliegt euch ja nach. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne Bugs und viel Erfolg. It's okay. Ende.